ich weiß nicht ob wir hier noch was machen müssen doch ja okay ich glaube hier sind wir richtig dass wir blocken ja leid ich weiß trotzdem okay die drücken ja okay die macht er ein bisschen mehr schaden ja wie schießt die ganze zeit ich schieße mich nicht ab und ich bin auch feuer jetzt kommt mir herr und schwein Oh Ja, das ist ja auch nicht, was ich gerade los ist. ich werde aber auch die ganze Zeit von mir weg das mein schild achten okay ich kann nicht sagen schon wieder ja platz machen so hat es unter schlupf abgeschlossen ich wollte sogar aus ihren stern wissen stern auf der karte okay das ist der legendäre schild ok ab und schild ich habe die länge der entsteht hier liegen regiones fortschritt kann man wieder auf einen vorn dran kapazität plus 1 genau das habe ich gemeint genau dann habe ich gemeint da bist du glaub ich hoffe karte erstmal zurück auf der weltkarte bei mir tut sich seitdem auch wenn ich hier diesen mittleren knopf drücke auf meiner playstation mein kontroller automatisch auf ich mache die ganze zeit an und aus an und aus auf und zu auf und zu auch zu auf und die klappe runter ich war nicht so geil von familie geil ich gehe drauf und hier nicht herunter wo wir meinen jetzt hin wir gehen zu da ist direkt hier vorne wir gehen wieder nach krägern weil ich muss mein inventar lehren weil die last auf meinen schultern ist zu schwer ich habe einen langen starb da habe ich ihn mal sehen ich nehme das mal als jahr an damit ich nähe mich der drei millionen ich nehme es euch ab ein guter angehen drei millionen gesagt mit lebensmittel habe ich noch nicht gesegnet das ist aber ja mal zurück mal kurz mal gucken Um, 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 um. Bütet euch vor den Neidern, Werterbein. Boah, keine Ahnung. Wie kommt man denn nochmal hier an? Ich weiß nicht. Zeit zum Einlagern. Ich weiß nicht. Okay. So, dann müssen wir nur die Queste abgeben. Der Bilde Mond. Ja, wir sollen also Lebensmittel bei jemanden abliefern. Also wir sind da dran. Da ist jetzt hier bei Regionsfortschritt hat eingesackt. Wir sind hier bei Regionsfortschritt. die müssen noch da aber ich müsste es ja wahrscheinlich misst es hat mich ist die tage reisender die wundersanktuarius zum greifen sie kann ich helfen hier kann man extra ihren ich bin noch nicht bereit ich nehme ein legendären gegenstand und jetzt ruhig aspekte aus man schaue nehmen wir mal den ring ja nein ich aus wirst nur blöde in der jetzigen gepackt er ist ein mittag boah so macht er gerade ein neues klamotten z herstellen ich mache nicht großartige änderungen also das wird dir gar nicht auffallen nur andere schuhe und andere handgelenke so nehmt hat wir warten komme ich dafür er hat eine herausforderung abgeschlossen naja man steht da ja ich habe jeden aspekt aus den ländern gegenstand entfernt soll ich noch nicht was man damit macht okay jetzt kann ich entweder hat hat nehmen oder dat das macht also ich die finger noch davon so also völlig mit allen okay das jetzt von der region ja hat eingesackt ja schon ja also einen trank mehr jetzt ja also sechs tränke ja irgendwie trage ich keine waffe obwohl ich irgendwie so eine pose mache durch eine tragen er ist ein schwer ja ich habe jetzt habe ich eis was geht aber dieses amulett gefunden ich bin nicht eingefahren das gehele wird schwächer danke gütiger fremder ich weiß nicht wie lange ich ohne noch stand gehalten hätte was hat geschossen wir warten wir noch hier man sagt hier ewige treue hast du dann auch die quest ewige treue hast du dir auch ja 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 dann machen wir die als nächstes ein spiel als kommt so eine schöne musik damit haben gerade wenn wir die welt retten die leben von anderen verbessern ja genau quest noch ein abgefackelt abgefackelt ist da ich habe endlich jemanden gefunden über das reden will was ich sehe noch wie die sachen alle kaputt gehen im hintergrund erzählt hat nachdem das problem mit den siegen menschen wirklich schlimm wurde reagieren menschen die gab es auch noch das mannberg ziege nein das ist ziegenbärmann ähm ich habe eine theorie aber ich benötige weitere informationen helft ihr mir dabei den hohen ich habe eine theorie aber ich benötige weitere informationen helft ihr mir dabei den hohen von lockern und zu durchsuchen das ganze scheint dort angefangen zu haben ich lebe 10 machen vernichtet die totems ich habe es glaube schon gesehen da ist es oder andere spieler das ganze gruppe von dem wehrwolf I don't know if I don't know how to do my team Okay That was easy Ich brauche mehr zeit gibt sie noch irgendwas von beleidigungen die ist schwer an sich mal wissen das ist aber schon schlechter als ich jetzt habe vergeltung ich spucke darauf was hat denn da schlechter Nein nicht abschießen ich muss was geht oh god guck sie auf einmal her ich bin noch nicht bereit ich merke wir haben beide die gleichen Füben der uns freut was war mit dem erfolg wir werden beide von den gleichen typen verfolgt ich muss warten ja klar werden vom bergbärbomben das spieler heute ja 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 hier müssen wir ein verlassener schmugglerbau champion monster okay was geht was habt ihr getan er hat den dedrischen prinsen gerufen ich bin noch nicht bereit okay vor lands beständnis egal wie viele kaninchen die mir bringt ich starre auf ihre kebe ich rieche ihr blut nein 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 es entsteht er sieht noch rot geistert der vorzeit geistern einer sippe bleibt mir eure stärke das nicht das hat auch gerade ich habe jeden zauber ist auch noch ein brief im brief an brenner musste ich ihn an den bodenketten zum tier werden wie die anderen hat solche angst ich kann ihn damit nicht allein lassen was auch geschieht ja der der seine frau gefressen hat ja genau wie romantisch das wäre eine dungeon ja wahrscheinlich hey dass sie ja ich habe reiner gefunden ich danke euch ich ließe ihn später freezing gefäßt jetzt aber voll gefährlich ich ertrage den anblick nicht dann ist das gleiche wenn schon wieder so war dann meinen jetzt noch wir können der hunger rufe oder der erste wolf machen der erste wolf ist hier in der nähe wir haben wir da in ich suche den niedergebrannten hof ich muss warten ich bin noch nicht oh gott ha 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 das wäre gekommen sind wir ja nur ein spieler ging ging ein so ein gegner und soweit wir auf die bühne getreten sind irgendwie von überall gegner gekommen ich glaube da beweist wir bringen alle probleme mit uns ja wir sind die probleme ja Ja. Kehaaa. das ist ja auch eine quest so ein blaues bereich zum blauen bereich ja du wirst dass ich ja sagen irgendwas hat hier gerade ein gesammelt im buch also ich auch nicht ich bin auch nicht bereit dann gab es vielleicht tut oder vielleicht auch nicht der korby die situation der korby als er versucht hat wo hancock festzunehmen jetzt die insel gestürmt also ja und der kampf lorging auch die genauten ja dann lässt sich davon den billig der lacht und auch die sie den 1 kann alles mögliche bedeuten rechter den nur eingefroren sind weg die kippe jetzt sind weg ja irgendwie schon ist noch nicht tot aber jetzt geht es ein bisschen ein bisschen in der schweiz er ist ja total untergehen ganze schiffe sind so bücher die wir einsamen müssen glaube ich hier sind gerade vom himmel gefallen das geht es irgendwie weiter nicht da bitte ist akzeptabler verluste er wird erst haben wenn er seine fähigkeit einsetzt jemandem sterblich zu machen ja das ist gut offensichtlich dass er das irgendwie benutzen wird sonst hätte das warum warum das dann erst ansprechen dass er so eine fähigkeit hat und er die nie benutzen wird es wird vermutet die leute in der hüttert machen im raffi zu sehen ja wird raffi raffi praktisch vom ewigen piraten ich habe ja geführt wird es passieren also nicht oder ist ziemlich gut weil er hat mich das erinnert ist hier irgendwie eine erste 10 wo wir jetzt irgendwie getroffen haben da irgendwie das war irgendwie so in alabaster da wollte ich nicht jemand so eine frucht ansehen so aber die frucht ist dann tust du hundert jahre leben oder tausend oder so oder der gesagt ja ich habe kein interesse so lange zu leben und ich meine ich nehme einen raffi hat auch so eine ähnliche einstellung irgendwie soweit das passieren wird glaube ich nicht vor allem den seine ganzen freunde stemmen dann irgendwann weg und da kann ich mir auch nicht irgendwie so vorstelle ich habe mich wieder der ending von dem aus hier sind also bücher irgendwie nämlich untersuchen also in dieser welt verbringte firme regnet sie man die kommen dann gleich noch mal wenn alles zum was hier war glaube ich nur eins ich bin auch nicht hier glaube ich ich werde mich über welche die b1 oder die superkampf drehen was ja immer noch als blau ja guck mal hier sind sie sind so bücher wie ich muss ich bin mir da bin ich ja schon bücher eine habe ich lasse denn also nicht irgendwo hier ist glaube ich auch 1 3 von 4 jetzt auch 1 hier irgendwo ist ja kein ich habe hier nichts mit agieren auch hier ja vielleicht ja überlebt den angst jetzt kommen die wahrscheinlich wieder runter geregnet ja da habe ich gerade gemacht ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit was wo ich einer von diesen robotern hier von von vega fang irgendwie so als zugegeben hat so ja ich war ein fall dem nicht ich habe hier alles so in die wege ja ich verräter ja das letzte was ich gesehen habe wo ich weiß nicht ob das kann das davor oder danach aber kann danach ja mit sabo und demo und so kann man es danach nach dem parat ich bin auch wenn davor ja und ich habe wieder pause gemacht danach irgendwie und dann ja da war ein bisschen pausen ich muss machen auch seine teufelsfrucht erweckt er hat weg aber auch seine teufelsfrucht erweckt ja ja ich nehme an das auch jetzt nicht mehr so ein meilenstein jetzt wahrscheinlich jetzt jeder haben das genau wie super seien damals eine salle sagen irgendwie hat das jeder danach gehabt er ist verliebt und super seiten wurde das weichblätter nicht außerdem brauchen wir blut des verbündeten und blut des hauses ihr findet tut uns für druiden rituale auf den feldern der quali und auf dem schemenhof führt das ritual an beiden orten durch und das blut zu erhalten ich besorge den rest und treffe euch wieder auf dem schemenhof neu die falle findet droiden tote was er auch du bist ein gespräch ich gehe gerade mit dem typen ja ich sehe ich sehe so ein auge über dir was die dreden totems finden ja da haben wir nicht irgendwie pause gemacht hat der mann ganz irgendwie pause gemacht eine weile 5 wochen oder so vielleicht kommt er sich ja jetzt hier um die netflix serie oder so auch und dann ist ja auch mit ein bisschen beschäftigt ich muss warten ich muss warten ich muss warten ich muss warten wir haben gerne geholfen besser an schuhe und dann noch und es muss es mitnehmen nachschlangen 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 ja okay ein bauer ich sehe dann greift bauern ja ich nehme an du musst jetzt auch nach rechts die felder der qual ja ich habe ja tot im eingesammelt aber da hat er sich in dem wort verwandelt ich habe immer noch blau dann kann man hier irgendwie so ein toten ich hatte ja so einen toten eingesammelt hat er sich in werbe verwandelt und dann haben wir ihn abgeschnitten habe ich ja gesehen ich habe ja damit gekämpft ja blizzi blizzi also gerade in zwei geteilt ich muss warten ok ok ich bin noch nicht bereit 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 flasche voll blut eigentlich mal als vernünftiges zu trinken ich bin noch nicht bereit 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 er ist doch schon mal gestorben oh oh ein tag einmal nicht auf was wir schon mal verreckt die typen mit der ex bei mir am meisten schaden ja ich habe ihn eingefroren wenn wir gerade am zuhause sind sind wir eingefroren manchmal genau da noch schon mal hier sind hier sind die ganze spieler ja es kann nur zwei geben ich habe noch ein terrorist etwa ohne kabel ich habe ja mit kabel ja ich weil da braucht dann eine eigene energie schwelle gegen das abgeladen werden oder der renn oder sonst irgendwas davon hat fünf stunden akku von 15 stunden oder so mit kabel was ja keine gedanken um machen die ganze zeit ausgefallen normalerweise wenn die nachricht einmal aufkloppt dann dauert das noch mehr weil er nicht stunden bis er dann tatsächlich in der stelle ich muss warten gar nicht das ist die perfekte waffe ein bastard schwert verstehst du weil du ein bastard das kann ich gar nicht benutzen ok wir wissen das für dich oder hat jemand aber ich habe das falsche fein gelassen entschuldigung wenn hat mal wieder zerstörbefehl sogar besser aber mir sagt zerstörbefehl ja dann ich krieg wahrscheinlich nicht den namen der waffe sondern nur warten und da hängen einige ab wenn man jetzt match dann als lehron ja ja ich kann da da wenn keiner geiler ist teiler am besten wäre wenn er ultima ist ja ich verstehe wie können denn alle ultima seit ich drinnen kann er immer noch draußen in der welt geschichte rumdrehen der ultima wenn der josh versiegelt ja verstehe auch nicht das scheint aber keinen verwundern ich habe gedacht der eine typ von odinia slide ich dachte der wäre irgendwie wollte mal wieder schon so ein bisschen so ausgebildet er wird eben da ein egen oder joshua den genannt ist eine kreatur die mit magie erschaffen wurde joshua das ich hab mal geguckt ob das irgendein begriff ist aber ich hab nichts gefunden was hat er gesagt jetzt fand er im untertitel irgendwas davon ein egi blutet nicht für die menschen also dann habe ich mal auf den richtigen seite geguckt ich bin nicht bereit ich bin ein kreatur die mit aggliedern ich bin ein kampf oder was ich muss warten ja oder denken so unterdenken so im kampf oder so erwähnt ja im kampf hat joshua gesagt die blut werden nicht so schnell besiegt werden flasche voller blut aber ich habe keinen begriff gefunden irgendwie sein soll 17 stoffe verwertet war doch so vier level bekommen heute bis jetzt während ihr alles zusammengesucht hat alter er durchführen müssen wir werden beschwören und sie dann an diesen ort binden ich kenne ein altes hügelkrab in düster wald wo es niemand stören wird gehen wir ja ok wo ist das ich muss ein paar sachen verkaufen deswegen gehe ich mal kurz obwohl kann man dann irgendwie zurück nein